Bewusst gemeinsam leben, versteht sich als Drehscheibe für Veränderung in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Herr Rechler, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut uns wirklich sehr, sehr, dass wir uns mit Ihnen austauschen dürfen. Gerne. Es gibt ja viele Pioniere in unserem Land, die seit Jahrzehnten lang nicht verstanden worden sind. Wir sind jetzt in dieser Corona-Situation. Ihr Gedankengut ist ja vor Jahrzehnten geboren worden. Wird das jetzt besser verstanden? Sehen Sie da jetzt einen Unterschied? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit langsam reif wird, weil einfach der Problemdruck immer größer wird. Warum geht es? Es geht einfach darum, dass wir erkennen, wir sind mit dem profitgetriebenen Modell auf einem total falschen und gefährlichen Weg unterwegs. Weltweit und auch im Kleinen. Und warum es geht? Und der Grundgedanke war immer, wir brauchen eine Wirtschaft, die den Menschen dient. Eine leistungsfähige, kreative, innovative Wirtschaft. Aber wo genauso der Zusammenhalt, der soziale Ausgleich wichtig ist. Und vor allem, dass wir den Lebensraum für die Zukunft sicherstellen. Und der wesentliche neue Gedanke in dem Modell war ja, wir müssen quasi der Mitwelt einen Preis geben. Und da sehen wir heute am Beispiel CO2-Bepreisung, dass einfach die Wirtschaft von selbst in die richtige Richtung wirken kann, weil das Preiskostenverhältnis in Ordnung ist. Und das andere ist einfach die Kreativität der Menschen. Es gibt ein neues Buch von Markus Engstschläger, der sagt, die Lösungskompetenz des Menschen ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und die werden wir gerade in Zukunft ganz wichtig brauchen. Jetzt haben wir ja sehr, sehr viel Wissen. Und das war ja in die Ostgai, also ich war Vizekanzler und haben da ökosoziale Wirtschaft zum Thema gemacht. Und ist auch nicht so verstanden worden. Was könnte jetzt, gerade in der Phase, wo wir so gefordert sind, helfen, damit man auch das Vertrauen kriegt, dass auch eine andere Wirtschaft möglich ist? Es geht ja von zwei Ebenen her. Wir haben ja Gott sei Dank 2015 auf der Weltebene zwei ganz wichtige Beschlüsse erreichen können. Das eine sind die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO, die ja bis 2030 Schritt für Schritt auf allen Ebenen umgesetzt werden sollen. Wo all das drinnen ist, was in meinem Modell angesprochen ist. Und wir haben den Klimavertrag von Paris, der eben sagt, wir dürfen die Welt nicht zugrunde richten, wir müssen das Klima wieder in Ordnung bringen. Und das geht dann herunter bis in die einzelne Gemeinde, in das einzelne Unternehmen. Und das andere ist eure Bewegung, dass man von unten her Neues entstehen lässt und dass man die Kräfte bündelt, die es ja zuhauf gibt. Und meine Erfahrung ist eigentlich auch, dass ich glaube, die Veränderung wird wahrscheinlich in erster Linie von unten wachsen müssen. Und dann hoffen wir, dass es auch von oben wieder Kräfte gibt, die das auch unterstützen und fördern. Uns ist ja sehr wichtig, dass wir alle in der Pfot sind. Und die Frage wäre jetzt, wie kann man jetzt die hohe Politik, Ministerium, Köstlinge etc., wie kann man die gewinnen für Projekte, wo wir als Menschheit gesamt in eine gute Zukunft gehen. Also die heutigen politischen Akteure sind eigentlich wirklich arm in dem Sinn, weil es eine riesige Überforderung ist. Es sind so viele Momente, die Druck ausüben, aus der Wirtschaft, aus anderen Bereichen der Politik, auf europäischer, globaler Ebene. Ich glaube, die Menschen brauchen wirklich auch sehr viel Ermutigung und Unterstützung und Bestätigung. Und vielleicht kann das schon langsam ineinander greifen, weil man merkt, es kommt von unten. Zustimmung, Unterstützung, Förderung, dass auch die Ermutigung von oben wieder stärker wird. Und das wäre mein Vorschlag dazu. Und genau das ist auch unser Ansatz, weil da sind wir oft in der Politik, in Organisationen, in Bünden. Und das ist ein Buch aus der Wirtschaft, eine neue Wirtschaft zurück zum Sinn. So die üblich Verdächtigen, Gutmann, Robner, Zotter, haben gesagt, komm, wir können einander wirtschaften. Und das Interessante aus unserer Sicht ist, dass das funktionierende Modelle sind. Und die Frage, der Regler war jetzt jene, wir haben ein Kurzwort aus einer Gemeinde in Österreich. Sehen Sie Sinn, dass wir so gewisse Gemeinden, die einige Parameter gut sind, finden und die unterstützen in ihrer Entwicklung? Weil, das muss ja sehbar sein, kommunale Intelligenz, Professor Gerald Hüther, ist nicht nur Politik, Verwaltung, sondern ist die Bauernschaft. Das ist die ganze Kraft der Gemeinde. Also so Veränderungspotenzial von unten auf Gemeindeebene, sehen Sie das Sinn, ist das ein Modell? Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja irrsinnig viele positive Beispiele. Vor allem im Bereich der kleineren und mittelständischen Unternehmen, von der Landwirtschaft bis über Gewerbedienstleistungen. Und natürlich gibt es auch Gemeinden, die da auch im positiven Vorreiter sind. Und ich glaube, dass man ganz, ganz viel erreichen kann, weil man solche positive Beispiele a. entdeckt und b. auch aufzeigt, sich auch sozusagen vor den Vorhang stellt und sagt, schaut einmal, so geht es. Und das ist dann die gegenseitige Bestärkung, beziehungsweise auch, dass andere ermutigt werden, in eine ähnliche Richtung zu gehen. Und wenn euch da in der Vernetzung einiges gelingt, ist das ein ganz, ganz wichtiger Beitrag. Sie waren ja auch Geschäftsführer Bauernbund. Ja. Unter anderem, wie sehen Sie die Bauernschaft jetzt als Säule, als Faktor für Regionalwirtschaft, für unser Land? Da wird mir Gott sei Dank in Österreich einen agrarpolitisch von Beginn an anderen Weg eingeschlagen. Das geht jetzt so bis in die 50er, 60er Jahre. Ich kann mich erinnern, es war Ende der 60er, gab es in Europa das Schreckgespenst des Mannshold-Planes. Der hat die Vorstellung gehabt, es müssen lauter agrarische Großbetriebe werden. Und der damalige Bauernbundpräsident Wallner, ein Steirer, hat gesagt, Mannshold ist für uns kein Prophet. Also man hat damals schon gesagt, wir setzen auf die bäuerlichen Strukturen. Und ich habe dann 1987 mit dem ökosozialen Modell eben einen alternativen Weg begangen. Ich habe gesagt, wir wollen die kleinräumige Struktur stärken. Und das hat Österreich dann ja auch in die europäische Agrarpolitik mit hineingebracht. Dort hat auch Franz Fischler sehr viel geleistet mit dem Umweltprogramm, mit den Ausgleichszahlungen für die Bergbauern, mit der Förderung neuer Innovationen. Also Österreich ist innerhalb der Europäischen Union sicher das positivste Beispiel, wie man bäuerliche Strukturen auch in die Zukunft führen kann. Und wenn man umschaut, wir haben hunderte Beispiele von kreativen, innovativen bäuerlichen Familien, die Großartiges leisten. Mit neuen Kulturen, mit neuen Formen, auch der Verbindung zwischen Bauern und Konsumenten oder Genossenschaften, Verarbeitungsunternehmen. Also da ist sehr viel Gutes auf dem Weg. Ich bin da sehr zuversichtlich. Und genau diese Leuchttürme wollen wir ja in dem Sinn aufbauen, dass diese Zellen strahlen. Und einfach eben schon bewiesen haben, dass es ökosoziale Wirtschaft auch funktioniert. Auch in dem Simoni Gär, was ja oft infrage gestellt wird. Und dass dieses förderliche Umfeld, glaube ich, gerade in Zeiten wie diesen ganz wesentlich werden. Was wäre denn jetzt, weil ja da viele Menschen automatisiert handeln, sich oft keine Fragen stellen. Was wäre denn ein Puls an jeden Einzelnen in unserem Land? Was kann jeder Einzelne tun, damit wir gesamt in eine gute Zukunft gehen? Ich glaube, wir brauchen im Grunde die Rückbesinnung auf das, was ist in meinem persönlichen Leben letztlich das Entscheidende. Wo ist der Sinn meines Lebens? Da gehört sicher Arbeit und Wirtschaft dazu. Aber es kann sich nicht nur in dem erschöpfen. Da ist die Frage des familiären Zusammenhaltes, da ist die Frage, wie komme ich mit meiner Nachbarschaft, mit meiner Gesellschaft im positiven Sinne in Kontakt. Und das ist in dem Bücherl von Zota etc. gut herausgearbeitet. Wir müssen wieder den Sinn des Lebens ins Zentrum stecken und alles andere fügt sich dann ein. Es ist eines Interessantes, Herr Riegler, wo wir sagen, was ist die Zelle, dann kommt Karl Siegertsleitner, Altbürgermeister von Steinbacher Steier, hatte uns verbunden, auch ein großer Pionier, Helmut Mödelhammer etc. Sie gehen immer an die kleine Zelle, wir wollen die ganze Welt verändern. Aber ich glaube, der Schlüssel ist schon das, dass wir sagen, hier beginnen wir bei uns, schauen wir, dass wir funktionierende Familien, funktionierendes Umfeld haben und dann das nächste wäre die Gemeinde. Und dass wir eben so ganz sinnige Dinge wieder gemeinsam kochen, Austauscher, Sozialleben in dem Sinne wieder schaffen, dass wir eine gewisse Reduktion durchaus als Vorteil haben, oder? Ja, ich sage immer, die ökosoziale Idee ist natürlich eine, die letztlich auch auf globale Dimensionen absteckt. Aber beginnen tut es einmal beim einzelnen Menschen persönlich. Das heißt, wie gestalte ich meinen ökologischen Fußabdruck, also wie gestalte ich mein Leben, dass es sozialverträglich ist, dass es umweltverträglich ist, dass es in der Sinnfindung fundiert ist. Und das geht dann weiter auf das Unternehmen. Wie agiere ich als Unternehmen, ob jetzt Größeres oder Kleineres, ist ja letztlich zweitrangig, das heißt, wie gehe ich um im Sozialen, im Bereich mit dem Lebensraum und natürlich auch in der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit im Erfolg. Das geht dann weiter, eine ganz, ganz wichtige Ebene ist die Gemeinde, weil dort kann ich die Lebensumstände noch direkt gestalten. Wie gehe ich um mit dem Landverbrauch, mit Zersiedelung oder mit einer geordneten Entwicklung, mit Versorgung, Entsorgung, mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Gemeinde. Und dann kommt eben die politische Ebene, Bundesland, Staat, Europäische Union. Und letztlich, das ist schon die Herausforderung, die wir haben, wenn wir nicht in der Sackgase landen wollen, dann brauchen wir auch auf globaler Ebene eine neue Orientierung. Das amerikanische kapitalistische System ist an die Wand gefahren. Wir merken das schon, manche tun noch weiter, aber im Grunde wissen wir, so kann es nicht gehen. Das kommunistische System ist auch an die Wand gefahren. Also in Wahrheit gibt es nur das Modell der Balance, wie es eben der ökosoziale Gedanke ist. Das heißt, Wirtschaft, Mensch, Lebensraum muss ineinander greifen, muss entsprechend ausgeglichen sein. Und mit den genannten Projekten, also den nachhaltigen Entwicklungszielen oder auf globaler Ebene, auch von UNO und internationalem Währungsfonds, gibt es ja den Begriff der Green and Inclusive Economy. Das ist nichts anderes als das ökosoziale Modell, nämlich Ökologie, Soziales und Wirtschaft müssen ineinander greifen. Das ist der Weg in die Zukunft. Wer da jetzt, ich sage einmal Sie als hoher Politiker, ist es realistisch, dass ökosozial agierende Unternehmen auch steuerliche Vorteile lukrieren, also dass das auch bewertet wird? Naja, gut, man kann, das ist ja auch eines der Dinge, um ökosoziales Wirtschaften voranzubringen, brauchen wir auch ein Steuer- und Rechtssystem, das eigentums- und leistungsfreundlich ist, vor allem freundlich in Richtung neuer Innovationen. Da haben wir ja eklatante Fehlentwicklungen, wir haben die massive Bevorzugung der fossilen Wirtschaft und wir haben auf der Globalisierungsebene die größten Ungerechtigkeiten in der Besteuerung. Und wenn man hernimmt, die Internet-Giganten haben es geschafft, dass sie praktisch keine Steuer zahlen, während jeder Arbeitnehmer und jeder kleinere mittelständische Unternehmer die volle Last zu tragen hat. Also das sind solche schreiende Ungerechtigkeiten, die gehören dringendst angegangen und abgestellt. Und das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung. Herr Regler, abschließende Frage, Sie sind ein bisschen näher der Zeit, im Jahrzehnte voraus, wenn wir jetzt nur zehn Jahre vordenken, jetzt in der Situation, wo es um Neuorientierung, um Loslassen geht, vieles funktioniert, wenn wir dennoch vielleicht eine Chance drin liegen, wie werden wir denn in zehn Jahren aufgestürzt sein? Na, wenn wir Zukunft haben wollen, dann müssen wir in zehn Jahren erstens den Schritt von der fossilen zur solaren Zivilisation, einen gewaltigen Schritt weitergekommen sein. Das heißt, dann werden halt Themen wie grüner Wasserstoff, synthetischer Treibstoff, der umweltverträglich ist, auch neue Formen der Mobilität und eben ein Wirtschaften, das wieder auf den Schutz des Lebensraumes und auf den Schutz und die Entwicklung des Menschen abgestellt ist. Das heißt, im Prinzip wird es ein ökosoziales Modell sein, wie man es dann nennt. Da brauchen wir aber gleich, glaube ich, auch die Triffe von unten, weil Sie gesagt haben, Thema Energie, Wasserstoff, haben wir ja den Herrn Fronius in Bord, Vision 24 Stunden Sonne, der hat die vor 28 Jahren gegründet, wie er gesagt hat, was will er damit, wie kann man 24 Stunden Sonne Speicherqualität machen. Also da gibt es offensichtlich einen tiefen Antrieb bei Ihnen allen, der uns in eine gute Richtung führt und wir als Bewusstgemeins am Leben wollen ja das fördern, wollen das bündeln, wollen das in dem Sinn mehrheitsfähig machen. Vielen, vielen Dank für Ihre Arbeit, für Ihr Wirken, Herr Riedler. Dankeschön. Viel Erfolg. Alles Gute.